ich freue mich dass sie da sind wir sind in der 13 und vorletzten und damit in der letzten ich sag mal substanziellen sitzung weil wir in der 14 sitzung alles nur noch zusammenfassen und heute geht es um die frage gibt es eigentlich eine europäische gesellschaft mir ist aufgefallen beim thema wirtschaft und gesellschaft hätte man auch noch mal expliziter sagen können gibt es eigentlich eine europäische wirtschaft und die antwort war aber eigentlich schon in den varieties of capitalism mit drin wo ja die argumentation war dass es einerseits die liberalen volkswirtschaften gibt die in englischsprachigen ländern sind das heißt seit großbritannien raus ist könnte man argumentieren dass europäische volkswirtschaften keine liberalen wirtschaften sind vielleicht mit ausnahme irlands man könnte auch argumentieren dass alle länder mit sozialdemokratischer wohlfahrtsstaat in europa liegen allerdings ist norwegen zum beispiel nicht teil der eu und man könnte argumentieren dass viele konservative also länder mit konservativen wohlfahrtsstaat und starker wirtschaftlicher koordinierung in europa sind wobei andererseits zum beispiel japan auch ein koordiniertes konservatives land ist und natürlich nicht in europa ist das heißt so wirklich gibt es eine spezifisch europäische wirtschaft nicht wirklich also es gibt keine wirtschaftsmodelle die jetzt europa spezifisch sind dies nicht auch in anderen ländern gebe heute geht es aber um die frage gibt es eigentlich eine europäische gesellschaft also fühlen sich menschen nicht nur deutsch und niederländisch und polnisch sondern auch europäisch und warum ist das ganze so relevant vielleicht mal davon abgesehen dass und spätestens wenn sie erasmus machen sich das sowieso auch noch mal selber fragen werden ist die frage vielleicht oder ich würde sogar sagen ganz sicher auch relevant weil ich habe ja selber europäische studien studiert und als die europäische studien studiert habe da war sozusagen klar das war so 20 jahren haben sie mal auf zu reden da bitte das war so 20 jahre vor ihnen da war so klar die europäische union das sind die guten und warum sind die europäische union die guten weil die eu zufrieden und zusammenarbeit in europa geführt hat und im gegensatz dazu sind dann die nationalstaaten die bösen also die überbleibsel einer vergangenheit in der länder noch gegenseitig miteinander gekämpft haben statt sich zusammen zu tun um gemeinsame probleme zu bewältigen das heißt wir hatten sozusagen auch den eindruck als europäische studien studiert haben so wir machen hier das studium um später mal für die guten zu arbeiten und am ende meines studiums der europäischen studien kam aber die sogenannte no demos these auf wer von ihnen hat davon schon mal gehört das ist gut wenn sie davon noch nicht gehört haben ich will ihnen ja nichts mehrmals erzählen und diese no demos these die hat einen ziemlichen schatten auf das gute image der eu geworfen und das ging einher das haben sie vielleicht in geschichte der europäischen union gelernt oder werden es noch lernen dass die europäische union ja auch eine verfassung bekommen sollte die aber 2005 sowohl von den niederländern als auch von den franzosen also man kann auch schlecht sagen das war jetzt irgendwie ein kleiner betriebsunfall abgelehnt wurde das heißt man hat irgendwie gemerkt die europäer wehren sich irgendwie gegen diese europäische union es gibt da vorbehalte und wir die europäische studien studiert haben konnten ebenso wie die meisten ich sag mal europäischen eliten das gar nicht verstehen weil wir so ein stück weit auch geblendet waren blind waren durch dieses bild die europäische union das sind die guten und man hat sich dann auch gefragt aber was kann denn jemand gegen die europäische integration haben ja es ist doch super wenn die europäer sich zusammentun aber und das problem ist diese no demos these die ist nicht ganz von der hand zu weisen was also ist diese no demos these um sich das problem dieser these klar zu machen lassen sie uns jetzt mal ein gedankenexperiment machen stellen sie sich vor dieser raum hier wäre ein staat mit einer gesellschaft und wir sind ein sehr netter raum wir sind vollkommen demokratisch jetzt tue ich mich aber als anführer mit genau der hälfte von ihnen zusammen und jeder hier hat in diesem raum hat ein gleiches stimmrecht und wir bestimmen jetzt mit einer 51 prozentigen mehrheit dass wir die restlichen 49 prozent dieses raumes versklaven und für uns arbeiten lassen wer fände das gut fänden sie das gerecht oder tut sich da gut das gehört natürlich ist natürlich auch die frage ob sie zu den 49 oder zu den 51 prozent vielleicht gehören aber sie merken schon irgendwas daran kommt uns problematisch vor aber warum eigentlich wenn wir 51 prozent sind und wir versklaven 49 prozent dann ist das doch eigentlich eine demokratische entscheidung die mehrheit gewinnt das ist schlussendlich aber das fundamentale problem der demokratie was macht man in einer demokratie damit 51 prozent sich nicht zusammentun und 49 prozent der bevölkerung versklaven unterdrücken was auch immer wie kann man das verhindern warum würden sie sich dabei wahrscheinlich nicht so wohl fühlen was können sie sich vorstellen oder mal anders gefragt wird ihnen das einfacher fallen wenn sie sich alle noch gar nicht kennen würden oder würde ihnen das einfacher fallen jetzt wo sie sich alle schon ein bisschen kennengelernt haben genau genau also sie sagen es wäre jetzt schwieriger für sie und sozusagen der analytische grund für sie warum es jetzt schwieriger wäre dass die mehrheit die minderheit versklavt das was sie eigentlich gesagt haben ist sie sind mit dieser zeit ich kann das jetzt nicht quantifizieren braucht man auch nicht aber man kann sagen zu einer gemeinschaft geworden ja und das ist auch die lösung für dieses problem in demokratien man argumentiert deswegen dass demokratien nur in räumen von menschen funktionieren die sich zumindest einbilden eine gemeinschaft zu sein warum einbilden es gibt ein berühmtes argument von benedikt anderson der sagt nationen sind im magic communitys also eine reale community können sie sein weil sie kennen sich ich vermute mal sie kennen ihre gegenseitigen namen sie wissen irgendwie der eine mag nur weizen bier der andere mag lieber pilz oder so ja sie wissen irgendwas übereinander aber in nationen kennen sich ja die mitglieder gar nicht also in nationen kann man halt nur sagen ich bin flensburger der däne der ist vielleicht nur fünf kilometer weiter keine ahnung jetzt zeige ich vielleicht dass ich nicht ganz genau weiß wo flensburg liegt und der bayer der ist vielleicht viel viel weiter weg von mir und ich habe gar nicht ich habe gar nichts mit dem gemeinsam das ist keine gemeinschaft so wie bei ihnen ich kenne ich kenne 0, jetzt kommen ganz viele nullen ein prozent aller deutschen das heißt die idee dass wir eine gemeinschaft sind ist im falle eines landes immer ein stück weit einbildung aber es ist egal denn merken sich das nicht für ihre klausur aber einbildung ist auch eine bildung ja und solange wir alle denken dass wir eine gemeinschaft sind und danach handeln sind die folgen unseres handelns ja real und die folgen sind in aller regeln will man nicht menschen versklaven die teil derselben gemeinschaft sind oder ausbeuten ja das heißt solange wir denken wir sind eine gemeinschaft ist dieses grunddemokratische problem sozusagen die mehrheit könnte die minderheit ausbeuten gelöst oder zumindest abgebildet abgemildert das heißt eine gesellschaft darf nicht nur aus vielen individuen bestehen die irgendwie alle unabhängig voneinander irgendwo sind sondern diese individuen müssen durch ein gemeinschaftsgefühl verbunden sein erst dann haben wir eine gesellschaft in der demokratie vor funktionieren kann und der vorwurf an die eu ist jetzt aber gerade dass man probiert einen staat in anführungsstrichen für eine gesellschaft zu bauen die dieses gemeinschaftsgefühl aber gar nicht hat sie haben eine frage genau da kommen wir gleich noch zu das werde ich ihnen gleich zeigen also worauf sich das begründet das sehen sie jetzt gleich noch im laufe des slides aber das ist natürlich eine wichtige frage das heißt die argumentation ist der eu fehlt das gemeinschaftsgefühl und wie kann man dieses gemeinschaftsgefühl messen ohne dass sie eigentlich gar nicht existieren kann die europäer fühlen sich also mit anderen worten gar nicht als europäer und darum soll es heute gehen also ich möchte ihnen sowohl die argumente dafür und dagegen präsentieren dass es europäer gibt und dazu zeige ich ihnen erstmal diese no demos these in der literatur die behauptet das ist nicht so dann besprechen wir was ein demos also eine gemeinsame gesellschaft überhaupt ist damit sie das ein bisschen genauer verstehen was dieses gemeinschaftsgefühl ist wir schauen uns dann an wie die eu aber selber sagt dass sie auf gemeinsamen werten beruht in ihren verträgen wir gucken uns dann empirisch diese werte an also wir schauen ob europäer bestimmte wertvorstellungen haben die man eher nicht in anderen landesteilen in anderen teilen der welt findet und wir schauen uns dann an weil spoiler alert ist es eher nicht so dass europäer bestimmte werte haben die man in anderen ländern der welt nicht findet und wir schauen uns dann ob das denn in zukunft passieren kann also ob europa in zukunft eine gemeinsame gesellschaft werden kann klaus offe meint das geht nicht ich zeige ihnen dann aber eine vermittelnde perspektive von thomas risse der meint dass menschen in europa sich zwar in der tat eher ihrem eigenen land als der eu zugehörig fühlen es gibt aber zunehmend menschen die sich nicht nur ihrem land sondern auch der eu zugehörig fühlen und thomas risse meint das reicht und zuletzt zeige ich ihnen anhand meiner eigenen forschung die auch noch gar nicht veröffentlicht ist wie ziemlich überraschenderweise was noch keiner weiß dieses zugehörigkeitsgefühl zur eu seit 2013 extrem angestiegen ist und da sitzen wir gerade an einem artikel um das zu veröffentlichen weil angesichts der ganzen krisen die die eu hat angesichts der ganzen argumente dass es ja auch immer mehr oder nicht mehr ganz so viele wie 2014 aber zumindest 2014 extrem viele anti europäische parteien im europäischen parlament gibt würde man das vielleicht nicht denken also man würde eher denken dass die europäer sich der eu immer weniger zugehörig fühlen das heißt und damit nehme ich jetzt mal das ergebnis voraus es gibt in der tat keine europäer wenn sie darunter verstehen dass menschen sich nur mit der eu statt mit ihrem land identifizieren es gibt auch kein europäisches volk oder keine europäer wenn sie darunter verstehen dass alle europäer gemeinsame werte teilen mit denen man sie von anderen teilen der welt unterscheiden könnte es gibt aber durchaus eine europäische gesellschaft wenn ihr kriterium ist dass menschen sich nicht nur mit ihrem land sondern auch mit der europäischen union emotional identifizieren gut nur als vorausblick danach würden wir noch eine kleine runde machen darum habe ich da die zettel hingelegt und sie finden aber auch auf teams schon teams dokument was ihnen vielleicht gefehlt hat in der gesamten vorlesung oder auch heute sie hatten ja bestimmte erwartungen jetzt wissen sie was passiert ist und vielleicht fehlt ihnen was oder vielleicht wollten sie zu irgendwas mehr hören und dann würde ich noch einen kleinen übungstest mit ihnen machen der ihnen mal ein bisschen zeigt was so in der klausur auf sie vorkommt nur mal so als idee ok das heißt jetzt gucken wir uns erst mal an fangen wir mal an jetzt gehen wir erst mal ein paar schritte zurück und fragen uns das war ja auch ein bisschen ihre frage was ist das überhaupt wenn wir uns fragen ob es eine europäische gesellschaft gibt eine gesellschaft und da hat klaus offe eigentlich eine recht einfache definition also er fängt erst mal an mit eine gesellschaft bedeutet dass es erst mal viele individuen geben muss relativ zu sowas wie familien clans und unternehmen aber relativ wenige zur welt also man kann es nicht sagen hier sind 80 prozent und das ist jetzt das ist jetzt eine gesellschaft wenn es 80 prozent der weltbevölkerung sind und wichtig dafür dass es jetzt eine gesellschaft ist stellen sich einen raum vor nehmen wir deutschland innerhalb dieses raumes deutschland müssen die verbindungen der individuen stärker sein und die individuen müssen abhängiger voneinander sein als außerhalb dieses rahmens also zwischen deutschen müssen mehr verbindungen bestehen als wenn ich jetzt deutschland und polen beispielsweise als einen raum ziehe dann kann man sagen die deutschen sind eher eine gesellschaft und die polen sind eher eine gesellschaft und nebenbei ist das eigentlich emil dürkheim die gegenseitige abhängigkeit voneinander macht uns zu einer gesellschaft jetzt werden menschen zusammengehalten über regeln die diese individuen einschränken übrigens eigentlich wieder emil dürkheim und diese regeln unterscheiden sich natürlich von land zu land also in polen dürfen sie was anderes als in deutschland und da dürfen sie was anderes als in frankreich diese regeln sind national spezifisch diese regeln dauern auch länger als die individuen also sie können jetzt nicht sagen hier gibt es eine regel na dann ändern wir die halt sondern ich weiß nicht was ich heute gerade habe aber wieder emil dürkheim also diese regeln treten ihnen als soziale tatbestände gegenüber sie können nicht sagen die regeln gibt es die sind sozial gemacht also können wir sie ja auch sozial ändern sie können in die politik gehen und probieren ein paar der regeln zu ändern genauso wie sie was weiß ich wenn irgendwie das wetter schlecht ist ein regenschirm aufspannen können oder ein bisschen probieren können klimawandel zu betreiben aber erst mal tritt ihnen das so entgegen sie können gegen diese regeln nichts tun und die regeln werden eben auch erzwungen also eine klassische definition des staates von max weber ist innerhalb eines begrenzten raumes das legitime gewaltmonopol zu haben es gibt ein akteur der vielleicht mal abgesehen von selbstverteidigung in deutschland legitim gewalt anwenden darf und wer ist das der staat der staat darf unter bestimmten bedingungen eine armee unterhalten die gewalt anwendet eine polizei unterhalten die gewalt anwendet sie dürfen das von ganz ganz wenigen ausnahmefällen nicht und weil jetzt die individuen von diesen regeln eingeschränkt werden diese regeln nicht ändern können und der staat hat sie auch noch erzwingt wollen die eine entschädigung und das geht so ein bisschen in die richtung von dem was sie bei thomas marshall gelernt haben die leute sagen dann na gut wir geben dir staat unsere rechte ab oder zumindest ein teil unserer rechte dafür kriegen wir aber rechtliche sicherheit wenn uns irgendwer was tut können wir den verklagen wir bekommen militärische sicherheit mehr oder weniger beim derzeitigen zustand der bundeswehr und wir bekommen auch ein stück weit soziale sicherheit wenn wir jetzt arbeitslos werden dann kriegen wir was vom staat das können sie als entschädigung verstehen also ich finde immer zombie filme ganz lustig da leben dann alle menschen in so einer apokalyptischen welt und das ist zwar doof aber immerhin kann ich da machen was ich will solange kein zombie mich daran hindert und die individuen können eben nicht mehr machen was sie wollen weil es den staat gibt der sie daran hindert und weil das nicht alle immer so toll finden sagt man dann eben ja gut jetzt habe ich dir meine ganzen rechte abgegeben lieber staat aber was bekomme ich denn dafür und der staat sagt ja okay naja guck mal hier du bekommst rechtliche sicherheit du bekommst militärische sicherheit und du bekommst soziale sicherheit und zuletzt in dem der recht in dem der staat diese rechte schafft könnte man auch argumentieren schafft er die gesellschaft jetzt darüber werden wir noch reden zwei wege möglich man könnte sozusagen argumentieren 1848 hat die deutsche embryo gesellschaft probiert sich einen staat zu schaffen und es hat nicht geklappt und 1871 hat dann vielmehr der deutsche staat sich die deutsche gesellschaft geschaffen aber hier in der konzeption von offe gibt der staat den menschen rechte und schafft dadurch wiederum die gesellschaft ist aber wieder eigentlich das was sie bei thomas marshall gelernt haben also der staat sagt den menschen ihr seid jetzt nicht mehr zb lehnsherren und was allen sondern ihr seid jetzt alle franzosen und habt alle die rechte der franzosen ja dann sagen die leute dann sind wir wohl alle franzosen und sie haben die französische gesellschaft also der staat schafft sich seine gesellschaft das ganze bricht zusammen wann wenn der staat keine ressourcen bekommt also der muss ja leute wie mich bezahlen beamte und dafür muss er leute besteuern wie vielleicht mal sie oder ich meine ich zahle ja auch steuern wenn die leute nicht mehr bereit sind dieses geld abzugeben wenn der staat die ressourcen nicht bekommt bricht er zusammen wenn die gesellschaft zu gespalten ist also hoffen wir nicht dass es passiert aber nicht ganz unmöglich ist ja dass es in den usa irgendwann nicht mehr die usa gibt sondern red states und blue states weil sich menschen so unversöhnlich gegenüberstehen aufgrund ihrer politischen einstellung und ganz banal das sehen sie gerade in der ukraine oder zumindest in teilen der ukraine der staat geht unter wenn er erobert wird oder auch fusioniert das ist ja auch eine möglichkeit so und das können wir jetzt mal für die eu durchgehen funktioniert das denn in der eu also wenn wir das hier auf die eu wenn anwenden ist die eu dann eine gesellschaft und ich habe das mal mit grün markiert für kann man so sehen orange für zweifelhaft und rot für sicher nicht und hierüber kann man jetzt aber diskutieren also der erste punkt ist die eu eine gesellschaft ja klar also wenn wir sagen in der eu gibt es viele individuen relativ zu dem was es in familien unternehmen und so weiter gibt aber relativ wenige zur welt das kann man schon argumentieren mit 500 millionen menschen china ist sicher eine gesellschaft die usa sicher eine gesellschaft wenn wir ein drittel der größe chinas oder etwas mehr und etwas mehr als die größe der usa diese individuen müssten aber auch mehr verbindungen miteinander haben und abhängiger voneinander sein als außerhalb und das könnte man jetzt debattieren also haben speziell europäer mehr verbindungen miteinander als dies mit nicht europäern haben ja gut schwierig wenn sie sich fragen haben europäer untereinander mehr zu tun als mit usbeken wahrscheinlich aber mehr als mit schweizern oder weniger vielleicht nicht also schwierig werden europäer zusammengehalten über regeln die individuen einschränken schwierig fritz scharf sagt es gibt zwei prinzipien mit denen staaten sich legitimieren das republikanische und das liberale prinzip und das republikanische prinzip bedeutet kann der staat sich beziehungsweise das gemeinwohl durchsetzen und das liberale prinzip ist sorgt der staat dafür dass individuen nicht eingeschränkt werden und fritz scharfs argument ist die eu sieht ganz gut aus vom liberalen argument also wenn man sagt hier werden individuelle freiheiten eingeschränkt dann kann man sich an die eu wenden aber vom republikanischen prinzip her sieht die eu eher schwach aus weil eben für vieles mehrheiten große mehrheiten nötig sind und da kommen wir gleich zu auch überhaupt keine demokratische legitimität bestehen würde denn no demos damit die eu einfach sagt auch ja wisst ihr was die mehrheit der staaten über stimmt jetzt einfach mal die minderheit der staaten also schwierig dauern die regeln wirklich länger als individuen ja wer weiß vielleicht ist die eu demnächst auch mal abgeschafft oder so also oder vielleicht geht ein staat einfach mal raus das erscheint es zumindest nicht so unwahrscheinlich wie das morgen deutschland abgeschafft ist ok regeln werden vom staat erzwungen das habe ich jetzt mal grün gemacht man könnte über all das reden ja gut es gibt einen europäischen gerichtshof europäisches recht bricht nationales recht das könnte man wahrscheinlich argumentieren aber schwerlich argumentieren könnte man das regieren die individuen als entschädigung für den zwang den sie auf sie ausüben rechtliche militärische und soziale sicherheit bieten rechtlich vielleicht aber militärisch und sozial das haben sie vielleicht schon gelernt es gibt kein europäisches militär das könnte man höchstens sagen die eu hat militär hat militärische konflikte verhindert und soziale sicherheit da sagt man ja klassischerweise die eu reguliert aber sie macht keine umverteilung es gibt keine arbeit europäische arbeitslosenversicherung oder sowas das heißt diese idee ihr seid jetzt europäer und darum habt ihr europäische rechte und darum fangt ihr auch an euch als europäer zu sehen schwierig weil wie viel ihrer rechte sind schon europäisch jetzt könnte man schon sagen gerade sie die vielleicht erasmus machen mit einer höheren wahrscheinlichkeit als die gesamtbevölkerung in einem anderen land arbeiten werden die würden vielleicht schon mal sagen ja toll das habe ich von der eu danke aber in aller regel sagen die wenigsten menschen ich habe meine rechte an die eu abgegeben dafür wurde ich von der eu entschädigt und darum sehe ich mich jetzt als europäer ja so wie man das vielleicht in deutschland gesehen hätte und weil das eben alles in der eu nicht so recht klappt also wir haben hier viel rot und orange und wenig grün gibt es eben diese no demos these und vielleicht war das lange rede kurzer sinn um die geht es jetzt das hier ist erstmal das woraus wir jetzt vielleicht schon zu lange warten die die definition von demos jetzt weiß ich peinlicherweise gar nicht das wird wohl ein lateinisches oder griechisches wort sein aber die definition group of people the majority of whom feel sufficiently connected to each other to voluntarily commit to a democratic discourse and to a related decision making process ja also eigentlich das was wir gerade besprochen haben eine gruppe könnten wir sein die sich aber verbunden genug fühlen wir haben ja zum beispiel festgestellt bei ihnen sie fühlen sich verbunden genug da wäre das der fall damit wir sagen können wir können hier demokratisch abstimmen und wollen eben nicht mit 51 prozent 49 prozent versklaven das ist nicht immer so also denken sie dran deutschland nach 1933 da hat ein teil der gesellschaft gesagt wir bringen einen anderen teil um ruanda in den 90er jahren da hat auch einen teil der gesellschaft gesagt wir bringen den anderen teil um also es ist nicht gott gegeben es ist nicht automatisch dass es dieses gemeinschaftsgefühl gibt und was ist die folge davon dass es diesen demos nicht gibt die folge ist einfach if there is no demos no democracy so einfach ist die no demos these es gibt kein europäisches volk darum kann es auch keine europäische demokratie geben das wäre jetzt alles gar nicht so schlimm wenn die eu nicht selber den anspruch hätte auf bestimmten gemeinsamen werten aller europäer zu basieren das habe ich ihnen hier mal gezeigt aus artikel 2 des eu vertrags der die verfassung geworden wäre wenn es die verfassung ob das tut mir leid der die verfassung geworden wäre wenn es die verfassung geworden wäre also nur die werte auf die die union sich gründet sind die achtung der menschen würde freiheit demokratie gleichheit rechtsstaatlichkeit also man sagt auch nicht es gibt da irgendwelche werte auf die können wir uns schon einigen sondern es gibt diese ganz konkreten fünf werte vielleicht vier ich meine menschenwürde ist so ein bisschen was ist wo genau fängt sie an wo hört sie auf freiheit demokratie gleichheit rechtsstaatlichkeit ist alles interpretations bedürftig aber es heißt natürlich auch und darum gibt es diskussionen um viktor orbans ungarn wenn es keine rechtsstaatlichkeit gibt wenn es keine demokratie gibt dann kann es auch nicht mehr europäische union sein wird eben auch ganz explizit so gesagt diese werte das probiere ich hier noch mal den laser pointer zu bekommen diese werte sind allen mitgliedsstaaten gemeinsam und es geht sogar noch weiter pluralismus nicht diskriminierung toleranz gerechtigkeit ist immer so ein bisschen schwierig der eine versteht dieses der andere versteht jenes unter gerechtigkeit solidarität und die gleichheit von frauen und männern und die eu sagt sogar ganz explizit jeder europäische staat der diese werte achtet und sich für ihre förderung einsetzt kann beantragen mitglied der union zu werden das heißt die eu definiert sich selber in ihren eigenen dokumenten als wertegemeinschaft wer diesen werten folgt macht mit wer nicht der nicht das ist gut so wenn man so will aber man könnte natürlich auch wenn man böse ist eine ethnische identität nutzen man könnte auch sagen wenn deine großeltern hier geboren sind dann bist du deutscher ansonsten nicht so ist es ja erstmal wenn meine eltern hier geboren wurden bin ich deutscher selbst wenn ich sage freiheit demokratie gleichheit rechtsstaatlichkeit finde ich nicht so toll und jemand dessen eltern hier nicht geboren wurden der ist eben nicht automatisch deutscher auch wenn er sagt freiheit gleichheit demokratie rechtsstaatlichkeit finde ich gut also man könnte auch so eine ethnische definition von gemeinschaft anlegen das macht die europäische union nicht also sagt wir bestehen aus bestimmten werten und jeder der dabei mitmacht kann auch bei uns mitmachen jetzt gibt es aber leute wie fritz scharf einer der brillantesten vielleicht der brillanteste aber der thron ist sozusagen heiß umkämpft politikwissenschaftler der zweiten hälfte des 20 jahrhunderts und erlebt sogar immer noch exdirektor vom max-plank institut für gesellschaftsforschung der eben sagt demokratische legitimität gibt es nur wenn es so eine art wir identität gibt die haben wir ja gerade besprochen wenn sie zum beispiel in diesem raum sagen ja die restlichen 49 prozent zu versklaven ist doof weil ich fühle mich denen zugehörig das wäre das die eben auch der unterlegenen minderheit ermöglicht das mehrheitsvotum nicht als fremdherrschaft sondern als kollektive selbstbestimmung zu verstehen was ist da der unterschied naja wenn jetzt donald trump sagt ich habe die wahl nicht verloren ich erkenne das nicht an dass ich verloren habe dann sagt man ja ich bin die minderheit das erkenne ich aber nicht an in deutschland was auch immer sie über deutschland sagen können es ist bisher zumindest immer der fall gewesen dass wenn eine regierung verliert man vielleicht sagt ja ich glaube zwar ich wäre besser gewesen aber ich erkenne an dass ich verloren habe das ist okay ich stelle nicht in frage dass es in ordnung ist dass jetzt die anderen politik machen ne also das wäre so und das würde ich ihnen nicht wünschen als ob wir jetzt beschließen die 49 prozent zu versklaven und die 49 prozent sagen ist okay wir sind ja alle teil einer gemeinschaft normalerweise beschließt man ja nicht sich gegenseitig zu versklaven aber normalerweise beschließt man sowas wie 49 prozent müssen jetzt höhere steuern bezahlen weil 51 prozent das beschlossen haben beispielsweise und das war der punkt den ich gerade angesprochen habe fritz scharf ist natürlich ein netter typ der sagt so eine wir identität muss nicht ethnisch fundiert sein das wäre ja auch doof dass man jetzt sagt die die in europa geboren sind die sind europäisch die kann sich auch verändern und kann sich neu herausbilden also ich lese gerade ein ganz interessantes buch von gott jetzt muss ich eugen weber the making of frenchman heißt es glaube ich also wo er sagt wenn sie ich glaube im 17 jahrhundert franzosen gefragt hätten seid ihr franzosen hätten die auch noch gesagt nee ich bin ich komme aus der region champagne oder aus der region bourgogne oder sowas aber man hat sie zu franzosen gemacht indem man ihnen erzählt hat dass sie franzosen sind das ist diese idee der imagined community aber das geht alles nicht wenn es keine soziokulturelle unterstützung und institutionelle infrastruktur gibt also was heißt das die europäische union hat beides nicht und das meint er ist auch unstrittig also sind es jetzt nicht so dass leute sagen doch 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 die europäische kultur gibt es aber was wäre denn so eine europäische kultur was könnten sie sich darunter vorstellen oder was wäre eine institutionelle infrastruktur für ein wir gefühl genau auf jeden fall aber ist das europäisch die malerei und die musik oder könnte man einfach sagen das ist italienisch und das bereichert dann das französische und das französische oder könnte man speziell sagen das ist europäisch ja europäisch christliche tradition klar aber sind andere länder nicht christlich ist es ist eben schwierig ne man kann auch nicht sagen sowas gibt es gar nicht man kann es debattieren ja genau genau das wäre sicher so eine kulturelle unterstützung wie der fritz scharf das anspricht würden wir alle esperanto sprechen und nirgendwo auf der welt ansonsten würde man esperanto sprechen könnte man sagen und das war ja auch mit deutschland so ne die deutschen sind da wo deutsch gesprochen wird was wäre noch eine möglichkeit für was er meinen könnte mit dieser kulturellen unterstützung oder institutionellen infrastruktur ich glaube sie hätten sich zuerst gemeldet und dann sie ja okay ist es sicherlich auch nicht vergessen scharf 1998 aber vielleicht wäre eine einheitliche währung also mit sicherheit ist eine einheitliche währung ein stück weit was hier gemeint ist mit kultureller unterstützung und genau ist eine gute frage ob der euro das europäische gemeinschaftsgefühl befeuert hat und darauf gibt es zwei antworten die breite antwort ist es gibt einen schwachen effekt und der lautet ja also länder in denen der euro eingeführt wurde sind across the board ein ganz bisschen europäischer aber der effekt ist super schwach also zwei drei prozent aber man muss dazu noch sagen und das können sie jetzt dem euro zurechnen oder nicht und das werden sie aber gleich noch sehen während der sogenannten euro krise ging die das zugehörigkeitsgefühl das zugehörigkeitsgefühl zur eu extrem runter und steigt seitdem wieder an also das wären so die zwei antworten sie hatten auch noch einen punkt ok ja denkbar wären zum beispiel auch würden wir alle in europa um 20 uhr immer die gleichen europäischen nachrichten gucken jetzt gibt es ja arte aber arte wiederum ist halt deutsch französisch und nicht europäisch arte gucken auch nur so komische universitäts menschen wie sie und ich es sind und vielleicht nicht der ganz normale arbeiter auf der straße würden wir alle in dieselbe europäische schule gehen und hätten nicht eine deutsche schule und eine französische und eine dänische schule nun sagt aber fritz scharf das gibt es nicht und das ist auch unstrittig also man es ist jetzt jetzt gibt es den euro da könnte man sicher drüber reden aber er hat natürlich recht medien sind national und nicht europäisch in aller regel ne also es gibt nicht die großen europäischen medien die wir alle gemeinsam lesen und hier und da kommen wir aber gleich noch zu in den meinungsumfragen schwanken die unterstützung für die europäische integration anerkennung einer europäischen identität und einschätzung der demokratischen legitimation auf eher niedrigem niveau und das ist dann sein argument es gibt keine europäischen medien keine europaweiten öffentlichen diskussionen manche widersprechen dem hier thomas risse zu dem kommen wir gleich sagt dann 2010 oder 2014 das stimmt in dem sinne in dem wir europäer nicht alle gleichzeitig immer nur über dieselben europäischen themen reden aber viel mehr als früher nehmen die deutschen bezug auf das was in griechenland passiert und die griechen bezug auf das was in italien passiert die über estland reden und so weiter nicht vergessen fritz scharf genialer typ aber 1998 also ist keine empirische vorhersage jetzt kommen wir aber mal zur empirie mit der frage haben die europäer denn wirklich keine gemeinsamen werte und diese erst mal verwirrend aussehende xy tabelle soll ihnen das zeigen was sehen sie hier wo sie haben so kann ich mir das am besten vorstellen erst mal hier survival versus self expression values was ist damit gemeint länder die weiter hier sind haben menschen deren werte sich eher um selbstverwirklichung als um überleben drehen länder die eher hier sind haben eher werte wo menschen erst mal reines überleben wichtig ist dahinter steckt eine ganz banale theorie irgendwann kam es von der industrie zur dienstleistungsgesellschaft und da hatten dann alle genug und da wurden menschen postmateriell also da ging es ihnen nicht mehr ums überleben zu sagen ich brauche erstmal genug zu essen sondern zur selbstdarstellung da wird dann essen zum beispiel indem sie sagen ich bin vegan eine möglichkeit innerhalb ihrer gruppe ihren moralischen status zu markieren oder auch sich selbst gegenüber von mir aus ein besseres gewissen zu haben also von der frage wie kann ich überleben wird den menschen immer wichtiger wie kann ich mich vor mir selbst und vor anderen besser darstellen das ist die idee von postmaterialismus geld wird uns immer unwichtiger weil das haben wir eh das heißt wenn man sich nicht mehr so sehr um sein überleben sorgen muss dann kann ich probieren mich selbst zu verwirklichen das ist hier auf der x-achse was sind so typisch postmaterielle werte die man sich leisten können muss toleranz vertrauen betonung des subjektiven wohlbefindens eben ganz direkt selbst verwirklichen bürgerschaftliches engagement individuelle autonomie sich für umweltschutz für gleichberechtigung und für demokratische mitbestimmung zu orientieren zu engagieren wenn ihnen wichtig ist ob sie überleben haben sie da ich nicht so viel zeit für das heißt länder die hier weiter recht sind sind eher länder in den menschen selbst verwirklichung wichtiger als geld ist und ja was probiere ich dann selbst zu verwirklichen das ist diese y-achse hier die y-achse ist hier haben sie länder den religion familie autorität wichtig ist und hier oben haben sie eher länder den rationale werte wichtig sind also die idee dahinter ist dass in besonders armen gesellschaften die familie wichtig für das überleben war und darum menschen haben menschen die hier weiter unten sind sehr stark familienbezogene werte also wenn sie in diesen gesellschaften fragen was ihnen wichtig ist dann sagen die menschen ich will vor allem meine eltern stolz machen das heißt umgekehrt auch dass eltern ihr bestes für ihre kinder geben müssen auch wenn ihr eigenes wohlergehen darunter leidet und sie ihr leben lang ihre eltern pflegen müssen auch wenn ihr wohlergehen darunter leidet dass große familien generell idealisiert werden und dass alles was die familie belastet auch wenn das individuum es gerne möchte scheidung abtreibung selbstmord euthanasie abgelehnt wird also sie leben nicht für sich sondern sie leben hier unten eher für ihre familie weil die idee von familie ist dass man einfach autorität akzeptiert sind das hier in aller regel auch autoritäre länder also hier sagt man einfach wenn zum beispiel etwas religiös so gesagt wird dann ist das auch so das heißt hier wird autorität einfach stärker akzeptiert das heißt länder hier diskutieren auch seltener über politik legen mehr wert ganz generell auf soziale konformität also was ständen dann so stolz machen ich sehe irgendwie ganz außergewöhnlich aus und was simmel als typisch für die großstadt gehalten hat weil in der großstadt ist so viele leute gibt dass der versuch aufzufallen sozusagen immer verzweifelter wird das fände man in diesen gesellschaften hier gar nicht gut sondern hier geht es eher darum so zu sein wie alle anderen bloß nicht aufzufallen so was heißt das jetzt umgekehrt also erstmal heißt es dass menschen die hier sind eher unabhängig von ihrer familie leben eher nicht religiös sind autorität nicht per se akzeptieren sondern nach guten gründen suchen so und wenn sie das jetzt insgesamt verpacken wollen können sie sagen dass die ökonomisch moderneren länder hier so auf der achse weiter rechts sind und dass die kulturell moderner moderner will ich jetzt nicht sagen besser oder schlechteren länder hier weiter oben sind und auf dieser achse können sie jetzt die welt eingruppieren sie sehen auch das war ja so ein bisschen das argument gestern das ganze geht auch tendenziell als bivariate korrelation also sie können hier eine gerade durchlegen warum weil sozusagen die ökonomisch moderneren länder tendenziell auch die länder sind die kulturell moderner sind aber eben nicht ganz sondern sie haben bestimmte weltregionen zum beispiel lateinamerika die ökonomisch gesehen nicht ganz so arm sind wie zum beispiel afrikanische islamische länder aber kulturell gesehen immer noch einen relativ traditionellen wertenteil haben sie haben afrikanische islamische länder wo wahrscheinlich aus unserer perspektive weil wir am genau gegenteiligen rand sind beides sind also arm und autoritär und jetzt kommt aber der interessante teil sie haben das orthodoxe europa also osteuropa das kulturell relativ weit oben ist warum weil die länder hier sind nicht mehr religiös diesen sind durch den kommunismus die religiösität losgeworden wirtschaftlich gesehen sind die aber immer noch alle ziemlich arm und haben auch nicht post materialistische werte also denen ist nicht selbstverwirklichung wichtig sondern denen ist er überleben erst mal wichtig hier ist auch russland oder die ukraine da können sie sich sicher sein denen ist überleben gerade ganz besonders wichtig sie haben dann hier auch mittendrin übrigens west und südasien das ist uns jetzt aber erst mal egal sie haben hier das katholische europa das schon etwas post materialistischer ist und kulturell sozusagen auch etwas ich will immer nicht sagen weiter ist sozusagen aber weniger autoritär und sie haben hier die wird länder also es ist kein zufall dass die schweden dänemark norwegen niederlande finnland sind schweiz übrigens auch deutschland hier das sind eben die länder die sowohl post materialistisch sind denen geld nicht mehr so wichtig ist als auch sich von traditionellen religiösen werten gelöst haben sie haben eine frage und ich würde sagen danach machen wir dann eine kurze pause was wir hier machen also das ist schon auf daten beruhend also diese ingelhard welzel world cultural map da haben sie daten vom world value survey ausgewertet und haben geguckt bei ganz ganz vielen verschiedenen variablen ob bestimmte länder systematisch immer die gleichen antworten geben und von dem her passt das aber sie haben völlig recht es gibt auch immer ausnahmen dazu genauso wie es natürlich ich sag mal germany und finland sind hier ganz nah nebeneinander ja trotzdem ist natürlich deutschland auch immer sehr anders als finland und so weiter sonst noch erst mal fragen dazu gut dann würde ich sagen wir machen eine kurze pause fünf minuten 17 8 machen wir dann gleich weiter wir haben gerade an dem punkt angehalten an dem wir gesagt haben dass europäische länder sich zumindest in dieser gruppierung hier an ganz unterschiedlichen ländern befinden und da wo sich europäische länder befinden befinden sich eben auch andere länder jetzt könnte man sagen na gut aber dann können wir doch wenigstens das orthodoxe europa das katholische europa das protestantische europa und das englisch sprechende europa auseinanderhalten das klappt sogar manchmal also zum beispiel könnte man ganz grob sagen dass die schuldenkrise ein konflikt zwischen dem protestantischen europa und dem katholischen europa gewesen ist aber das heißt eben auch dass es nicht sozusagen ein europa gibt sondern kulturell gesehen verschiedene europas sie haben hier übrigens auch ein paar sonderfälle ein ganz berühmter sonderfall hier sind die vereinigten staaten die sozusagen ein sehr viel traditionelleres wertesystem haben zusammen mit irland und da er mit sozusagen entwicklungsländern vergleichbar sind und die einerseits extrem reich sind wo aber andererseits wahrscheinlich trotzdem viele menschen nicht sehr post materiell sozusagen sind ja und wie gesagt europa all over the place also es gibt kein spezifisch europäisches wertesystem und das heißt auch es gibt keine zumindest hier nach speziellen europäischen werte was nun weder gibt es eine gemeinsame gesellschaft die sich einen europäischen staat bauen könnte noch könnte der staat sich eine europäische gesellschaft bauen das heißt es gibt zwei wege klassischerweise und der erste weg ist versperrt also es gibt keine gesellschaft die sich einen europäischen staat bauen kann weil es keine gemeinsamen werte keine gemeinsamen sprache keine gemeinsamen öffentlichkeit gibt und in der tat kommen ja auch die eu verträge von regierungen und nicht von gesellschaften die alle sich beschlossen haben zusammenschließen zu wollen der zweite weg nicht von der gesellschaft zum staat sondern dass der staat sich sozusagen ein bisschen autoritär die gesellschaft baut die funktioniert auch nicht wirklich weil die eu weder kompetenzen noch Mandate dafür hat um nationale gesellschaften zu europäisieren hier ist auch das argument menschen wollen nicht von ihren nationalstaaten befreit werden sondern ganz im gegenteil viele fühlen sich von der eu beherrscht und die folge wenn man sozusagen keine positive integration machen kann ist und das haben sie sicher schon mal gehört es gibt nur negative integrationen also man kann nicht sagen wir machen die menschen jetzt zu europäern sondern man kann nur sagen wir verbieten die nationalstaatlichen regelungen das könnte man aber auch zusammenfassen als in abwesenheit eines europäischen demos gibt es keine positive integration definiert als herstellung europäischer regierungsfähigkeit sondern es gibt eben nur wir können das verbieten was staaten machen aber wir können nicht selber sozusagen europäische gesetze also europäische positive integration machen statt sozusagen nur verbieten sie verstehen hoffentlich die logik und klaus offe sagt jetzt daran wird sich auch nichts ändern weil es einfach keine anreize gibt also es gibt keine charismatische idee weswegen europäer ihre nationale identität aufgeben sollten klar irgendwie nach belgien holland fahren zu können ohne über eine grenze zu müssen bei der man kontrolliert wird ist ganz gut aber die zwei klassischen argumente wohlstand die eu macht euch reich funktioniert nicht so gut weil naja so arm sind die menschen in europa nicht mit wenigen ausnahmen und die eu macht euch frei ziehen auch nicht so ganz weil freiheit haben die menschen ja im wesentlichen schon in ihren nationalstaaten also die wenigsten luxemburger oder deutsche oder denen hätten jetzt gesagt oh wir waren hier so versklavt von deutschland aber dann kam die eu und hat uns befreit ganz im gegenteil viele würden wahrscheinlich sagen und das ist hier der punkt die eu bringt die probleme also die eu bringt die immigranten die eu sorgt dafür dass kapitalflucht möglich ist die eu macht umverteilung in andere länder sorgt für wettbewerb den wir uns stellen müssen bestimmt uns und baut nationale regulierungsfähigkeit ab und die folge ist die traurige wahl antieuropäische parteien und dass das irgendwann aber nicht mehr weitergeht weil die europäischen parteien dann natürlich einfach verhindern dass es weiter integration auf kosten der nationalstaaten gibt sie können jetzt die afd oder marine le pen oder melone in italien wird finden aber man kann eben auch argumentieren diese parteien sagen stopp nehmt uns nicht weiter unsere nationalstaatliche regulierungskompetenz weg das heißt wir kommen hier nicht weiter und ganz nebenbei gesagt das sind die argumente von not that it should matter aber linken also klaus offe ist sozusagen so ein altmarxist oder so sozialwissenschaftler sind ja eh quasi alle links aber keiner wird jetzt fritz scharf oder klaus offe vor irgend so ein rechter typ zu sein oder sowas jetzt gibt es aber einen möglichen ausweg aus dem ganzen hier sehen sie jetzt erstmal was was sie vielleicht ziemlich komisch finden was sie aber mittlerweile durch ihre exzellente ausbildung in empirischer sozialforschung verstehen sollten wenn ich sie ihnen erklärt habe hier wurden menschen gebeten im eurobarometer und einmal anzugeben wie hoch ihr attachment zur eu auf einer vierer skala ist okay und menschen wurden dann auch gebeten anzugeben wie hoch ihr attachment zu ihrem eigenen land ist das sind diese typischen likert skalen ohne die mitte also hier ist very unattached rather unattached rather attached very attached wenn ich das ehrlich gesagt sehe frage ich mich immer was geht im kopf von jemandem vor der sagt i am very attached to the european union also geht er dann nach brüssel und umarmt irgendwelche europäischen kommissionsgebäude oder so trotzdem im zweifelsfall ich meine ich habe europäische studien studiert ich habe irgendwie keine ahnung sieben jahre im ausland verbracht ich finde diese ganze idee ganz wundervoll ich würde wahrscheinlich auch eine vier angeben ja aber was diese frage sozusagen abfragen soll ist fühlen sie sich emotional mit der eu verbunden so warum jetzt aber hier diese verschiedenen sachen wenn sie das jetzt auf dem scatterplot abtragen dann haben sie ja eine vier mal vier matrix was 16 felder bietet und was sie hier sehen ist wie viel prozent aller leute haben eine kombination dieser vier felder angeklickt jetzt gibt es vier möglichkeiten also menschen die hier sind fühlen sich sowohl ihrem eigenen land als auch der eu zugehörig menschen die hier sind fühlen sich ihrem land aber nicht der eu zugehörig menschen die hier sind fühlen sich keinem von beidem zugehörig menschen die hier sind fühlen sich der eu zugehörig aber nicht ihrem eigenen land so jetzt überlegen sie mal selber was gibt es und was gibt es nicht gibt es eine nennenswerte anzahl an menschen die sagt ich bin zwar europäer aber ich bin nicht national sie schütteln die köpfe und das ist auch richtig weil wer ist das machen wir mal den ganz extremen punkt also jemand der sagt meine eu zugehörigkeitsgefühl ist 4 und das attach also der hier ist aber bei attachment country nur bei 1 ist das ist 0,1 prozent der bevölkerung also sie haben vielleicht gibt es das mal vielleicht weiß ich nicht machen sie erasmus oder kommen aus einer internationalen familie und sagen ich fühle mich voll und ganz als europäer aber meinem eigenen land ich wohne hier zufälligerweise in deutschland oder ich habe einen deutschen pass aber dem das ist mir völlig egal 99,9 prozent der bevölkerung denken nicht so wenn sie dann hier noch diejenigen dazu nehmen die sich bei uhr tätsch mit 3 und bei ihrem eigenen land 1 geben haben sie noch mal 0,2 prozent dann fühlen sich 99,7 prozent der bevölkerung nicht so wenn sie die hier noch dazu rechnen die ihrem attachment country 2 ist immer noch niedrig dazu rechnen dann haben sie vielleicht so was wie 96 prozent oder so müsste ich jetzt mal kurz gucken ne noch weniger 98 prozent fühlen sich nicht so glücklicherweise gibt es auch wenig leute die alles doof finden das heißt was sind die beiden großen gruppen und zwischen wem besteht jetzt sozusagen der konflikt genau also hier sind eigentlich alle oben genau und jetzt haben sie hier die der zugehörigkeit mit ihrem land drei von vier punkten geben wo er die dicken blöcke sind also die große des blocks ist proportional dazu wie viele leute da drin sind wir könnten jetzt die fläche ausrechnen und die wäre proportional zur zahl die hier ist und das nennt jetzt thomas risse einmal exclusive nationals versus inclusive europeans weil diese gruppe hier die fühlt sich der eu aber auch ihrem land zugehörig oder man könnte es wahrscheinlich besser formulieren die fühlen sich ihrem land aber auch der eu zugehörig also sie sehen der allergrößte blog ist hier ja die geben ihrem eigenen land eine vier aber der eu immer noch mit drei das ist fast ein viertel der bevölkerung der eu ja das heißt die sagen haben ein land das ist schon mehr aber der eu immerhin noch eine drei von vier und das hier sind aber exclusive nationals also die sagen ich fühle mich zwar meinem land zugehörig aber nicht der eu und die beiden blöcke hier die können sie eigentlich vergessen also zu sagen es gibt bestimmte leute die fühlen sich weder ihrem land noch der eu zugehörig aber auch die überzeugten europäer die sagen ich fühle mich zwar der eu zugehörig aber nicht mehr meinem eigenen land die können sie vergessen und in deutschland ist es genauso also dass gerade waren eu weite daten dass sie sind jetzt speziell daten aus deutschland wir könnten das jetzt für fast jedes land angucken dass ich immer so und nur kleine sozusagen statistische idee was bedeutet es dass fast alles auf oder über der regressionsgrade ist wenn sie mal über das nachdenken genau ja genau die gibt es auch das wäre zum beispiel mal was was sie in zukunft wenn sie das interessiert in der hausarbeit oder so sich dann als daten angucken können also die eurobarometer daten sind auch frei verfügbar und das wäre dann genau die frage wie verhält sich die regionale zugehörigkeit mit der nationalen mit der europäischen das gibt es auch das heißt es jetzt aber dass menschen hier fast immer über dieser gerade sind wer hat eine idee genau genau also die y-achsen werte attachment country hier sind fast immer etwas höher als die x-achsen werte attachment eu so und der thomas risse meint das reicht also thomas risse meint ja das stimmt alles wir haben keine europäischen medien wir haben keine europäische öffentlichkeit und wenn wir jemals den anspruch hatten die menschen fühlen sich europäisch statt ihrem land zugehörig dann können wir es vergessen weil dann haben wir hier nur ungefähr zwei prozent der deutschen aber wenn wir sagen die menschen fühlen sich nicht nur ihrem land sondern auch der eu zugehörig dann funktioniert und das habe ich ihnen mal das ist jetzt meine eigene forschung die erstmal sehr sozusagen ist sie auch hier sehr detailliert ist es können sie sich aber mal je nach land angucken was ich hier selber mal gemacht habe ist martin und moritz und ich also meine beiden mitarbeiter und ich wir haben mal diese ganzen eurobarometer datensätze die jedes jahr erhoben werden alle zusammengeklebt diese die sind immer für ein jahr ein einzelner datensatz und wir haben die jetzt alle in einen großen datensatz gepackt und was wir uns dann angucken können ist und das ist hier erst mal verwirrend zugegebenermaßen es ist aber ganz einfach wir haben aus diesen 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 und diesen jeweils eine kategorie gemacht und sie können sich das erst mal so vorstellen das blaue das sind die inclusive europeans in verschiedenen ländern wir haben hier also alle europäischen länder das rote und das schwarze das sie hier ganz unten sehen das rote und das grüne das sind die leute die sich entweder gar nicht zugehörig fühlen oder die leute die sich nur der eu zugehörig fühlen und die können sie eigentlich vergessen also sie sehen in jedem land sind die eigentlich zu vernachlässigen das heißt und das haben wir ja gerade mit der anderen darstellung der daten gesehen der wahre konflikt in anführungsstrichen spielt sich ab zwischen den menschen die sich auch als europäisch sehen und zwischen den menschen die sich nur ihrem land zugehörig fühlen und da ist aber das interessante dass jetzt in fast allem jedem land die daten hier sind von 1990 bis letztes jahr der blaue die blaue kurve tendenziell nach oben geht und die schwarze kurve tendenziell runter geht das heißt die menschen die sich nicht nur ihrem land sondern auch der eu zugehörig fühlen die nimmt zu und die schwarze kurve die sich nur ihrem land nicht aber der eu zugehörig fühlen die nimmt ab das heißt wir haben sozusagen eine europäische gesellschaftswertung die nicht auf kosten der nationalität geht sondern bei der menschen anfangen sich als deutsche europäer oder europäische finden zu sehen und wenn sie das jetzt dieses attachment to europe auf der vierer skala pro halbes jahr abtragen dann sehen sie eben interessanterweise dass es schon mal angestiegen ist bis ungefähr zur weltweiten finanzkrise 2007 dann über die finanzkrise abgefallen ist bis es 2013 auf dem tiefpunkt war und dann auch noch sehr lange auf dem tiefpunkt war und hier war eben auch die ganze euro krise und seitdem und das ist ein kleines wunder dass wir irgendwie probieren zu erklären relativ angestiegen ist jetzt darf man nicht vergessen dass sie es auf einer vierer skala zwischen 2,6 zwischen 2,4 und 2,7 das heißt aber rein rechnerisch dass sie alle zehn jahre im schnitten anstieg um 0,1 haben das heißt und das ist jetzt aber wirklich nur rein rechnerisch sie haben sozusagen nach jetzt müsste ich selber mal kurz nachrechnen ob das wirklich stimmt genau also sie hätten wenn sie sozusagen hier auf die zehn kommen auf die vier kommen wollen das in 130 jahren geschafft aber der trend wird natürlich nicht so weitergehen weil irgendwas geschichtliches passiert ja aber nur mal so als idee für die frage in welchen maßstäben bewegen wir uns das heißt und das ist ganz interessant ja es gibt einen langfristigen anstieg des zugehörigkeitsgefühls zu europa der auch in 27 von 30 ländern für die wir es uns angucken können vorhanden ist hier sehen sie es mal in jedem land noch mal im zeitverlauf und das ist natürlich nicht gigantisch weil es hier zwischen 2 0 und 3,5 abgetragen ist aber wir haben zwischen die daten immer eine regressionsgrade gezeichnet und das ist das interessante das eu zugehörigkeitsgefühl ist natürlich in manchen ländern generell hoch und in anderen ländern generell niedrig also uk war schon immer eher bei der zwei und beispielsweise wo haben wir es denn relativ hoch luxemburg ist sozusagen eher bei der drei aber der trend ist in allen ländern eigentlich positiv was emotional attachment to the european union angeht ja und das ist sozusagen auch mein schluss also gibt es eine europäische gesellschaft nein wenn sie eine europäische öffentlichkeit statt einer nationalen voraussetzen auch nein wenn sie wollen dass menschen sich nur mit europa statt mit ihrem land identifizieren auch nein wenn sie es für nötig halten dass es in der eu irgendwelche werte geben muss die europäer von nicht europäern differenzieren also die es im rest der welt nicht gibt aber ja wenn ihr kriterium ist dass menschen nicht nur national sondern auch europäisch sind das heißt und das ist das thomas risse argument und thomas risse hat das buch aber 2014 geschrieben und wir haben jetzt noch diesen extraanstieg gefunden seitdem er das buch geschrieben hat also er hat tatsächlich recht mit seiner theorie ist auch einer der wichtigsten internationalen beziehungsprofessoren in deutschland es gibt in an der fu berlin und dem wzb und der hu berlin sozusagen das schwarze loch internationaler beziehungen also da sind das zieht alles an was zu internationalen beziehungen forscht und da ist auch thomas risse oder michael zürn oder tanja börze und dem cluster ist auch thomas risse und er hat eigentlich recht also sein argument ist es kommt von exklusiver nationaler identität zu inklusiver nationalität wie gesagt menschen fühlen sich als deutsche europäer oder als europäische deutsche das ist das was man zumindest seit 2013 seit zehn jahren wirklich zunehmend sagen kann und nebenbei gesagt da sind da saß ich dann zum beispiel gestern dran man kann es ein stück weit damit erklären dass die menschen die eu für demokratische halten also das ist das was sie in empirischer sozialforschung gelernt haben ich habe dann eine bivariate korrelation zwischen dem jahr und dem eu attachment und sobald ich die variable vertrauen menschen der eu rausrechne verschwindet ein stück des bivariaten zusammenhangs also ich kann den anstieg des eu zugerlichkeitsgefühls mit der zeit mit dem anstieg des vertrauens zur eu erklären und ein stück kann ich auch damit erklären dass die wirtschaftliche situation jetzt besser ist als zur euro krise aber das ist work in progress also da sitze ich dann dran und so was wie der menschen in eu grenzregionen sind nicht europäische artikel wurde jetzt akzeptiert aber so ein artikel da sitzt man dann jetzt gerade dran das ist halt die arbeit die man macht wenn man nicht gerade vorlesungen halten muss genau hier ist noch mal die literatur dazu die ich zitiert habe und das wäre der inhaltliche teil ich hätte jetzt noch zwei allein mit ihnen vor das war jetzt auch erstmal der inhaltliche teil der vorlesung der rest ist jetzt nur noch sozusagen wiederholung nächste sitzung von der viele aber sagen dass es für sie die gewinnbringendste sitzung war mich würde jetzt mal interessieren müssen sie nicht direkt scannen sie können auch auf teams gehen da finden sie den link auch da wäre entweder ein word dokument wo sie mal aufschreiben können das war ja jetzt die vorlesung hat ihnen irgendwas gefehlt haben sie sich was ganz anderes unter der vorlesung vorgestellt hätte man irgendwas vertiefen sollen wobei es dann auch gut wäre was hätte man dann weglassen sollen weil sie haben ja gemerkt klar ich kann schneller reden und wir können sozusagen immer ans limit gehen aber ihre aufnahme kapazität ist ja auch begrenzt meine sende kapazität auch das heißt gab es was wovon sie gerne mehr gehabt hätten ein thema das nicht vorkam thema das sie gerne vertieft hätten und oder gab es auch was was wir hätten weglassen können können sind teams aufschreiben ansonsten habe ich da jetzt mal so papiere einfach zettel hingelegt genau das könnten wir jetzt kurz machen und dann hätte ich noch zwei kurze tests für sie die sie auch ein bisschen auf das vorbereiten sollen was in der klausur vorkommt aber genau da würde ich jetzt erstmal den inhaltlichen teil abschließen sie können das da erstmal eintragen und wir machen dann mit dem teil weiter